Das sind wir, Brückner Maschinenbau. Mit rund 600 Kollegen allein hier in SIGSTOR und 24 Azubis, die gemeinsam anpacken. Wir sind allesamt Spezialisten für Folienstreiktechnologie und für viele verschiedene Folienanwendungen. Unsere Ausbildung ist abwechslungsreich, mit Experten aus den unterschiedlichsten Fachgebieten. Wir lernen, probieren was aus, können uns reinfalten und entwickeln so gemeinsam innovative Technologien für die ganze Welt. So bleibt der Arbeitsalltag bei uns spannend. Denn du bist mit eigenen Verantwortungen ein Teil des Teams, ab dem ersten Tag. Bei uns gibt es alles für die wichtigste Zukunft der Welt. Deine. Na dann, lass nicht auf dich warten und bewirb dich jetzt. Unter brückner-maschinenbau.com